Psst! Hey! Psst! Es ist endlich soweit. Herzlich willkommen. In unserer ersten Folge soll es heute um ein Buch gehen, das einen todbringenden Einfluss auf den Verlauf der Geschichte hatte und dessen Gift bis heute nachwirkt. Der Hexenhammer. Maleus Maleficarum. Geschrieben von Heinrich Kramer und 1486 erschienen. Viel Spaß damit! Maria Renata Singer von Mossau wurde am 27.12.1679 in Niedervielbach bei Dingolfing geboren. Der Vater war Hoher Offizier beim kaiserlichen Militär. 1699 wurde sie von ihrer Mutter in das Kloster Unterzell bei Würzburg gebracht. Dort erarbeitete sie sich nach zweijähriger Probezeit und aufgrund ihres lobenswerten Verhaltens schnell den Rang der Suprioren. Zudem erhielt sie die wirtschaftliche Aufsicht über das Kloster. Ab 1738 allerdings schienen im Kloster die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr zu stimmen. Es herrschten Neid und Missgunst. Nach verschiedenen Vorfällen wurde Maria Renata der Hexerei verdächtigt. Aus diesem Grund wurden ihr die drei schwarzen Klosterkatzen weggenommen, um die sie sich liebevoll kümmerte. Man sagte, dass diese ihre dienenden Teufel seien. Die Kunde von diesen Ereignissen drang bis nach Zell. Dort wurde nun jede Krankheit, jedes Viehsterben und schlechte Ernte auf die Hexe im Kloster geschoben. 1744 trat ein Fall von Besessenheit bei einer jungen Schwester auf. Ihre immer heftiger werdenden Anfälle wurden auf einen dämonischen Ursprung zurückgeführt. In der Folge kam es zu einer regelrechten Besessenheitsepidemie. Sechs Schwestern wurden in den Akten als besessen bezeichnet, was die Gerüchte, dass Maria Renata eine Hexe sei, natürlich weiter verstärkte. Anfang des Jahres 1749 kamen neue Vorwürfe auf, die besagten, dass Renata am Mond süchtig war, eine Schlafwandlerin. Nur so konnten ihre nächtlichen Wanderungen durch das Kloster erklärt werden, die ihre Mitschwestern verängstigten. Da aber die Zauberin verschiedene ihrer Mitschwestern des Nachts zu beunruhigen und sehr zu plagen nicht nachließe, nahm endlich eine annoch lebende Kurjungfer ihre mit scharfen Sporen bewaffnete Disziplin, das ist ein Gerät zur Kasteiung, und haute tapfer auf die Hexe zu und hieb sie so zum Zimmer hinaus. Erzähle sofort den folgenden Tag dem Herrn Probsten. Als man daraufhin bei einer Untersuchung von Renatas Zimmer verschiedene Hexenutensilien fand, eine Schmiere, Kräuter und ein gelbes Tu, wurde sie verhaftet und der Hexerei angeknackt. Während eines klosterinternen Verhörs am 5. Februar 1749 gestand sie angesichts dieser Beweismittel, seit über 60 Jahren eine Hexe zu sein. Maria Renata erklärte, dass sie schon als Kind von einer alten Frau zu Hexerei verführt wurde und dem Großen und der Großen, Gott und Maria, abschwören musste. Später habe sie unwissentlich mit ihrem eigenen Blut ein Teufelsbündnis geschlossen. Sie sei bei Hexenversammlungen gewesen und durch geschlossene Fenster oder Türen ausgefahren. Ein goldgelbes Bröcklein habe sie sich vorher angezogen und die Füße mit Hexenschmiere bestrichen. Obwohl dem Teufel verschrieben, sei sie in das Kloster Unterzell eingetreten, mit der festen Absicht, dem Kloster und anderen Menschen zu schaden. Dies wurde ihr als unglaubliche Bosheit zur Last gelegt. Die Schändung konzeptrierter Hostien, ein Vergehen, auf das allein schon die Todesstrafe stand, auch dies gab sie zu. Insgesamt sechs Verhöre der Geistlichen Kommission wusste Maria Renata über sich ergehen lassen, ehe am 28. Mai 1749 das Urteil gefällt wurde. Die Übergabe an das weltliche Gericht erforderte die Degradation, denn es war keinem Laien erlaubt, eine geistliche Person zu richten. Renata musste ihr geistliches Habit ablegen und bürgerliche Kleidung tragen. Die Frage nach Leben oder Tod stand nach den Tatbeständen der Hexerei nicht zur Debatte, sondern allein die Art der Exekution. Der Schuldspruch lautete, lebendig verbrennen. Der Fürst jedoch milderte das Urteil ab. Enthauptung und Verbrennung der Leiche. Ja, ich habe den Hexen hier einmal vor mir geschrieben von Jakob Sprenger und Heinrich Kramer. Das Buch ist 1486 erschienen und hat sich über die Jahrhunderte danach den Titel einer Art Bibel für Hexenverfolgung erarbeitet und verdient. Ich denke, wir können mit ein bisschen Hintergrund zur Hexenverfolgung in Europa am besten einsteigen, um rauszufinden, in was für einer Welt Heinrich Kramer damals unterwegs war und Hexenverfolgt hat. Kramer übrigens ein Mann, der sich zum Ende seines Lebens stolz darauf berufen hat, über 200 Frauen persönlich verbrannt zu haben. Heinrich Kramer oder Kramer oder Institorius, je nachdem, wie er es sich gerade genannt hat, ob er sich endlich latinisiert hat oder nicht, wurde 1430 im Elsass geboren, was damals 1445 dann, wenn er also 15 war, zum heiligen römischen Reich gehörte. Das gibt uns schon so ein bisschen einen Anhaltspunkt dafür, in welchem zeithistorischen Kontext dieses Werk entstanden ist. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ein Dominikaner Mensch plötzlich auf die Idee kommt, ein Werk zu schreiben, das die nächsten 200 Jahre der Hexenverfolgung in Europa dermaßen prägen wird, dass im Verlauf 40.000 bis 60.000 Frauen ermordet werden, größtenteils Frauen. Es gab regionale Unterschiede. Wir haben uns ja alle wahrscheinlich schon mal in der Schule oder so mit den Hexenverbrennungen befasst. Auch das Motiv der Hexe und auch der Hexenverbrennung ist ja irgendwie ein zentrales, gesellschaftliches Motiv, mit dem immer wieder herumgespielt wird. Die Vorstellungen, die die Menschen aber damals von der Hexe haben, haben jetzt nichts mehr damit zu tun, mit diesen weichgewaschenen, romantischen Vorstellungen, wie wir sie beispielsweise in Harry Potter oder Winx oder ich weiß nicht, was es alles noch für Hollywood-Produktionen gibt, in denen es um Hexen geht. Was denn weichgewaschen? Harry Potter ist doch voll hardcore. Richtig hardcore, ja. Ano Morra ist der wahrscheinlich größte Schadenszauber. Ja, in Citrus hätte er wahrscheinlich auch nicht zurückgeschreckt, Harry Potter und Hermine auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Da hätte, glaube ich, vor nichts zurückgeschreckt, der alte Dominikaner-Mönch. Aber wir müssen uns jetzt mal in die Lage hineinversetzen, in der Heinrich Kramer, der Kramer Heinrich, dieses Buch geschrieben hat. Wir werden uns später noch ein bisschen genauer damit verfassen, was ihn in seinem Leben selbst dazu bewogen hat, welche Erfahrungen er persönlich gemacht hat mit Hexen, mit vermeintlichen Hexen und weshalb ihm es auch so eine Freude bereitet hat, über 200 Frauen in seinem Leben arme Scheiterhaufen zu verbrennen. Man soll ja Menschen an ihren Taten messen und nicht an ihren Worten. Wir versuchen jetzt mal beides, um Heinrich Kramer sowohl an seinen Worten als auch an seinen Taten messen. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass er in unserem Rundumschlag nicht allen zu gut wegkommt. Aber ja, vielleicht gibt es ja mildernde Umstände, nämlich der zeithistorische Kontext, die uns ein bisschen besser verstehen lassen, was denn in Institore so vorging, was zu dieser Zeit im Herzen Europas vor sich ging. Und ja, vielleicht, ich habe mir mal überlegt, wie wir uns in diese Geisteswelt begeben können, mit modernen Beispielen. Wir können uns die Zeit vielleicht so vorstellen. Stellen wir uns einmal vor, in fünf Jahren oder so gewinnt Russland einfach den Krieg. Ja, in der Ukraine. Die überrennen einfach die Ukraine innerhalb von vielen Jahren, obwohl der ganze Westen als geeinter Block die ganze Zeit Militärgüter, Geld, Personal auch dorthin schickt. Gleichzeitig für Wüsten, Atombomben, ganz Europa und zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Menschen sterben. Und alles, was QAnon an Verschwörungstheorien verbreitet hat, ist wahr. Also zumindest persönlich gesehen für Heinrich Kramer. Aber also wir können ihn uns schon als mittelalterlichen Verschwörungstheoretiker vorstellen. Auch wenn diese Verschwörungstheorie damals nicht als solche bezeichnet wurde, sondern für die Menschen tatsächlich eine gelebte Realität vorstellen. Ähm, ja, es war eine Realität für sie. Sie haben in dieser Welt gelebt, in der Hexen irgendwie Uneil angestellt haben, Pakt mit dem Teufel eingegangen sind und haben die Erfahrung gemacht, dass 1244 der letzte Kreuzzug, im Heiligen Land zumindest, grandios gescheitert ist. Johannes, kannst du vielleicht noch was zu dem letzten Kreuzzug sagen? Wieso ist er so gescheitert? Ich meine, letzten Endes gab es wenige Kreuzzüge, die man als Erfolge bezeichnen könnte, wenn man... Der erste, der erste war aus Versehen ein Erfolg gegen alle, also tatsächlich aus Versehen, der hätte jedes Mal scheitern müssen, war so schlecht geplant. Alle waren überrascht, am meisten die Leute, die dort gewohnt haben, dass es funktioniert hat. Äh, einfach ein Überraschungseffekt. Und, ähm, alle, alle Kreuzzüge nach dem ersten waren ja mehr oder weniger so eine Art Trittbrettfahrer. Ähm, na gut, Löwenherz und so dann nochmal. Aber, ja, also die meisten Kreuzzüge, ähm, nach dem ersten waren deutlich weniger erfolgreich. Es gab dann auch den Grund, warum es der letzte war irgendwann, weil der dann so unerfolgreich war. Um ganz kurz noch da einen vorigen Punkt, dein Beispiel unserer Welt einzuordnen. Ähm, und, äh, also in der Welt von Kramer natürlich, quasi die, die damals immer wieder hochbeschworene Türkengefahr, äh, über die auch die Reformatoren so gern geschrieben haben. Die Verschwörungstheorie, also Kramers Hexenglauben und der Hexenglauben des Hexenhammers als Verschwörungstheorie, äh, zu bezeichnen, wirkt am Anfang wahrscheinlich, ähm, ein bisschen übertrieben. Aber tatsächlich war es eine Verschwörungstheorie der Zeit, weil es auch nicht genereller Konsens war. Also Kramer schreibt dieses Buch in einer Zeit, in der ein großer Teil der Klerik in Europa noch überzeugt ist, dass der Hexenglauben antireligiös ist. gegen guten Katholizismus verstößt, weil man davon ausgeht, dass, äh, quasi die stereotypische, äh, der Hexer oder die Hexerin, quasi gegen Gottes Macht, gegen Gottes Allmacht etwas verlieben können, was, was nicht mit Gottes Bildung geschehen. Und, äh, Kramer konstruiert, äh, äh, naja, kein sehr elaboriertes, äh, aber so ein mittelmäßiges, äh, mittelmäßiges Konstrukt, um mit dem Glauben seiner Zeit umzugehen und seine Verschwörung als den eigentlich wahren orthodoxen Katholizismus zu präsentieren und als die eigentlich von Gott gewollte Wahrheit. Und diese Orthodoxie und die Rückkehr zur Orthodoxie war zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig. Ja, also das Beispiel, man könnte jetzt auch die Maurer nehmen, die, äh, die iberische Halbinsel eingenommen haben, immer weiter von Westen nach Europa einrücken. Ich dachte tatsächlich eher an, tatsächlich an die Kreuzzüge und, äh, das Scheitern der von Gott gesandten Kreuzlitter, äh, und, äh, also Kreuzfahrer, ähm, äh, die tausende Kilometer fußfertig in das Heilige Land marschiert sind, all ihr Hab und Gut verkauft haben, weil sie glaubten, der heiligen Sache beizuhuhen und endlich Gottes Reich auf Erden wiederherzustellen. Sie wurden, glaube ich, das erste Mal damit konfrontiert, dass es Gesellschaften auch gab, die nicht an den einen Gott glaubten, die ein völlig, völlig anderes, auch wenn irgendwie aus dem Judentum auch hervorgegangen ist, äh, religiöses, ähm, Verständnis der Welt zu kreisen. Sie waren das erste Mal mit Menschen, mit einem immer größer werdenden Reich konfrontiert, das ebenso wie sie geeint war durch den Glauben, ja. Sie haben ihre Kreuzzüge als die einzige Möglichkeit gesehen, Gottes Werke zu vollbringen, das Gute auf der Erde wiederherzustellen, weil das Heilige, die heiligste Städte des Christentums und des Judentums, Nabel der Welt, genau, der Nabel der Welt, die Achsel der Welt, auf der die ganze Welt gebaut ist, weil Jesus dort gewirkt hat, etc., ähm, weil sie von den Ungläubigen eingenommen wurde und jeglicher Versuch, außer jetzt der erste Kreuzzug, gescheitert ist. Also das größte Projekt, das die Christenheit, das europäische Christentum jemals unternommen hat, das ist gescheitert. Gleichzeitig, das Beispiel mit den Atombomben bezieht sich auf die große Pest, die, äh, ein 200 Jahre vor, äh, Institutus, äh, Europa komplett entvölkert hat. Es gab, äh, Millionen von Toten. Von China ist es ja auch anscheinend rübergekommen, äh, durch den Seehandel, über die, äh, die Häfen der Sizilianer und Genoesen. Äh, ne, also, äh, kurze Korrektur, äh, kam anscheinend über die Krim, quasi Belagerung der Mogul auf der Krim und dann von der Krim, weil die Genoesen dort die Kolonien hatten. Genoesisches Schiff ist aus der Krim, ähm, das quasi dann an verschiedenen Häfen angelegt hat in Italien und da waren schon fast alle tot und dieses Geisterschiff hatte quasi dann die Pest an Italien gebracht und von dort aus hat sie dann in Zentraleuropa, äh, verteidigt, zwischendrin, sind auch zwischendrin, ich glaube, in Bizanz gemacht natürlich und von dort aus, äh, den Großteil Europas erfasst und teilweise, also 50 Prozent Entzögerung in, in weiten Landstrichen, ähm, äh, äh, ja, da sind wir mit Corona nochmal glücklich vorbeifahren, würde ich sagen. Ja, und auch damals wurde schon über den Ursprung gestritten, ja, so, ähm, moderne, ähm, pandemische, ähm, Analysen haben wir ergeben und konnten jetzt den Virus der Pest nachverfolgen, und die Route, die er genommen hat, ähm, und konnten überhaupt identifizieren, was es überhaupt war, was Millionen von Menschen dahin gerafft hat. Erklärungsversuche gab es zu dieser Zeit natürlich auch, es gab diese Miasmen, die üblen Dämpfe, die aus der Erde aufsteigen, ähm, die auch oft dämonischen Ursprungs sind und es gab eben die Vorstellung, dass in dieser Welt plötzlich, äh, der böse Gegenspieler, Luzifer, Satan, Belzebub, Baal, äh, sein Unwesen treibt und seine Finger im Spiel hat und, äh, das Christentum auf die Probe stellen will. Zum einen, weil er die, äh, verhindert hat, dass der Kreuzzug gewonnen wurde und zum anderen, weil weite Teile der Bevölkerung einfach gestorben sind, ohne erkennbaren Grund einfach dahin gerafft. Das waren für die Menschen, Menschen Zeichen, dass irgendwas in dieser Welt nicht so ganz wichtig ist. Obwohl sie irgendwie gerade wieder dabei waren, aus, nachdem sie, äh, nach dem Untergang des Römischen Reiches irgendwie, äh, 2000 Jahre in der Zivilisationsgeschichte nach hinten geworden sind und sich gerade aus den dunklen Zeiten herausgekämpft haben und erst 800 ist ja auch das, äh, das Heilige Römische Reich der Deutschen Nation überhaupt entstanden. Dass sich, das Einzige, was dieses Reich auch zusammengehalten hat, war eben dieses Heilige. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war ein christliches Reich, zutiefst christlich und das war wahrscheinlich das Einzige, der einzige Kitz, den es damals gab, der diese kleinen Fürstentümer in Europa, die nichts, äh, füreinander übrig hatten außer Stammesfäden und, äh, innenpolitische Kämpfe zusammengehalten hat. Das Projekt Christentum generell, ähm, wie es sich auch in Rom entwickelt hat, ähm, und dann auch später in Europa verbreitet hat, ist auch auf viele, viele Zufälle eigentlich zurückzuführen, ähm, dass Konstantin plötzlich diese Eingebung vor der Schlacht hatte, ähm, indem ihm... Ja, also, da würde ich sagen, das sind natürlich christliche Mythen, äh, die danach quasi als Propaganda verkauft wurden, aber die politische Realität, dass immer mehr von seinen generellen Christen waren und dass das quasi zunehmend auch in, in der römischen Oberschicht ankam damals, da quasi eine Art popkulturelle Verschiebung gab, äh, da ist es natürlich dann am Ende, als, als Mythos einfacher zu sagen, äh, er hatte einen Traum und eine Eingebung vor der Schlacht, dann haben sie schlaft gewonnen und deswegen sind wir Christen geworden. Also sozusagen, da sind wir sind 60 Jahre unterwandert worden, bis unsere Oberschicht jetzt, äh, dieser, dieser, damals wirklich auch Verschwörungstheorie quasi verfallen ist. Ähm, äh, ja, aber um uns nochmal zurückzubringen zum Hexchenglauben jetzt, äh, unseren kleinen Exkurs zum Christentum, ähm, was natürlich bei der Christianisierung Europas, das du gerade schön beschrieben hast, ähm, natürlich immer passiert ist, dass es als erstes die Oberschicht, ähm, quasi sehr taufen lassen und übergetreten ist und es dann langsam in die anderen Bevölkerungsschichten quasi nach unten diffundiert ist, dieser Glaube der Oberschicht. Also es war nicht wichtig, äh, was die Obrigkeit eigentlich glaubte, sondern es war viel wichtiger, dass dieses, dieser Glaube nach unten hindurch diffundiert, weil dieser Glaube ja letztendlich, äh, die Einsetzung der Fürst, der Herzoge, der Könige, als Gottgesandte und von Gott Auserwählten gerechtfertigt hat. Also dieses Begründungssystem war eigentlich ein Begründungssystem der Macht, das dazu geführt hat, dass der Status der Könige so ungerecht und so blutrünstig und so sie kalt sein musste, nicht in Frage gestellt werden konnte, weil man Gott nicht in Frage stellen konnte. Und deswegen hat die Kirche eben auch so viel unternommen, weil sie als verlängerter Arm oder beziehungsweise in einem seltsamen Wechselspiel zusammen mit den, äh, Königshäusern natürlich daran interessiert war, möglichst auch, ja, alle Menschen zu erreichen und ein konkohärentes System zu entwickeln, in dem Gesellschaft wieder möglich ist. Wir haben jetzt quasi Kramer im, im ausgehenden 15. Jahrhundert als eine Person, die schon in einer sehr gefestigten, sehr langen christlichen Gesellschaft lebt, wie du gesagt hast. Es gab, äh, den, den Sommer ohne, ähm, ohne Sonne. Es gab mehrere klimatische, äh, Extrembedingungen zu der Zeit. Äh, Memorist-Zeit, kleine Eis-Zeit. Äh, es gab, ähm, die politischen und, ähm, und eben auch pandemischen Extremsituationen. Und in dieser Zeit wurde es dann eben als Erklärung, wie du schon gesagt hast, als Erklärungsmuster wichtig, herauszufinden, was, was geht eigentlich schief, was können wir dagegen tun? Und, äh, eine der Lösungen war eben, die Überbleibsel aus dem alten Glauben zu versuchen, vollständig, äh, zu, zu eliminieren. Und quasi tatsächlich die letzten Überbleibsel zu vernichten, weil daran muss es liegen. Dafür muss es ein Fallstor für gut, wir sind schon alle rechtsgläubig, wir gehen alle in die Kirche, und trotzdem haben wir nicht viel Seuche, trotzdem sterben Leute an die Pest, trotzdem läuft's nicht, haben wir, haben wir schon, haben wir Missernten, und dann muss es jemanden geben, der dafür verantwortlich ist. Und dann ist es derjenige, der nicht genauso rechtgläubig ist wie ich, der dann schuld sein muss. Und die Suche nach den Richtgläubigen, nicht rechtgläubig, hat das eben oft zu den Juden geführt, der oft einzigen andersgläubigen Minderheiten, die es vor Ort gab. Oder, als anderes Ziel, Frauen, alte Frauen, oder generell Menschen, die verdächtigt wurden, nicht ganz rechtgläubig zu sein, auf irgendeine Art. Das könnten einfach Atheisten gewesen sein, es könnten Leute sein, die Zweifel an ihrem Glauben haben, es könnten Leute sein, die absurde Dinge geglaubt haben, wie die spanischen Inquisitionsprotokolle zeigen, wo Menschen gefoltert wurden, weil sie geglaubt haben, die Welt ist riesiger Käse, und die Welt ist auf den Wurm, der durch den Käse sich frisst. Das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel. Das konnte man nicht durchgehen lassen. Aber es hat schon, also auch im Heiligen Römischen Reich, schon früh begonnen, also beziehungsweise die ganze christliche Kirche war ja von Anfang an bemüht, sich zu organisieren. Ja, es ging darum, den einzigen Glauben, den das Christentum verkörpert, herauszukristallisieren. Das war ein langwieriger Prozess, auch ein sehr blutiger Prozess, und vielleicht so als kleine Überschrift unserer heutigen Auswüchse, könnte man vielleicht auch ein Zitat von Tertullian nennen, Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Ein martialisches, aber wunderschönes Bild, das sich einem da zeichnet, und das, glaube ich, eine ganze Kirchengeschichte kennzeichnet, so seit Anbeginn, ob es jetzt am Anfang bei den verschiedenen Konzilen war, bei denen noch theologisch-pholastisch argumentiert wurde, wie denn diese Dreifaltigkeit zu verstehen sei. Ich glaube, das war eine der größten Debatten, die das Christentum auch bis in die heutige Zeit noch verfolgen. und zu Ausschlüssen von verschiedenen christlichen, glostischen Splittergruppen zur Folge hatte. Männer Splittergruppen, auch ganze Hauptbewegungen. Ja, genau, also die koptischen Christen, das äthiopische Christentum, die äthiopische orthodoxe Kirche. Arianismus. Ja, im Arianismus, die hatten ein ganz eigenes Verständnis der Dreifaltigkeit, in der es verschiedene Hypostasen gibt, verschiedene Manifestationen, aber keine richtigen Manifestationen, ein und derselben göttlichen, drei der göttlichen Substanz. Einfach gesagt, es ist Jesus quasi auch nicht gleich Gott. Er ist nicht, also Gott ist mehr als Jesus. Es gibt quasi, es gibt quasi eine Althiopische Reichie zwischen Vater und Sohn, während der westlichen Katholizismus daraus ging, dass dem genau die Dreifaltigkeit mehr eine Gleichheit darstellt. Aber es gab ja auch, also es gab ja auch geologische Diskussionen über wie viele Nägeln, wie viele Nägeln Christus auf Kreuz genagelt wurde. Es wurden Leute dafür verbrannt, dass sie gesagt haben, es waren zwei, es waren vier statt drei Nägeln. Und das immer noch quasi Überbleibsel der vorherigen Glaubenswelten in den lokalen Gebieten gab. Und je abgelegener ein Dorf ist, je geografisch isolierter, desto mehr erhält sie da auch. Weil es härter ist, zentrale Kontrolle über was geglaubt wird, was im Alltag tatsächlich praktiziert wird. Aber dass diese paganen Mythen nicht als unchristlich und als Sünde betrachtet wurden, sondern tatsächlich als Heresie, als Ketzerei, was ein weitaus schlimmeres Urteil war zu der damaligen Zeit, geht besonders noch auf ein Werk zurück, das von Nikolaus Emmerich geschrieben wurde, einem auch wieder Dominikanermensch. Aber dieses Werk, das Direktorium Inquisitorum, war eigentlich ein Meilenstein. Vielleicht hat er den Grundstein überhaupt gelegt, auf dem dann Institoris aufbauen konnte. Er hat auf unglaublich viele Elemente in diesem Werk zurückgegriffen, als er den Hexenhammer geschaffen hat. Und Emmerich ist, glaube ich, der meist Zitierte, neben Thomas Aquinas und anderen bedeutenden Persönlichkeiten, die man natürlich zitieren muss, kirchliche Autoritäten, die genannt werden müssen, um den ganzen Auswüchsen und Spinnereien ein wissenschaftliches und theologisch fundiertes Unterbau. Wenn sie lieben, theologischen Unterbau zu schaffen. Dabei muss man kurz bemerken, dass die meisten Zitate falsch gesetzt sind, komplett falsch zitiert, also einfach erfunden sind oder die Fußnoten nicht stimmen. Spannende, also für eine Hausarbeit hätte der Junge drei, drei, also weiß ich nicht, sechs Punkte bekommen oder so. Er hat in Köln debattieren, Philosophie und Logik studiert und hat danach noch einen Magister der Theologie nach seinem Master gemacht. Und dazu musste man damals auch 14 Jahre studieren, nur für den Magister, für den zweiten. Und er hat aber dann nicht alle 14 Jahre in Köln verbracht, sondern wurde von ihm erwartet, dass er mindestens fünf Jahre lang auf Wanderschaft war und wahrscheinlich sogar sieben bis acht Jahre außerhalb von Köln verbracht, mindestens. Und er war in Italien, Norditalien unterwegs, unter anderem auch. Er hat dann quasi gepredigt und ist von Dorf zu Dorf gezogen und hatte dann die Möglichkeit, auf seinen Reisen, hussidische Ketzer in Böhmen und in Ostdeutschland zu verfolgen. Da wurde er zu einer päpstlichen Kommission berufen in 1467 und hat erhebliche Macht ausgeübt. Er hatte zum Beispiel damals die Macht, Leute zu exkommunizieren und Sünden zu erlassen. Und hat bei seiner Arbeit gegen die hussidischen Ketzer, also Jan Wust, war quasi ein Reformator im 15. Jahrhundert, 100 Jahre ungefähr vor oder 80 Jahre vor Luther, der ganz viele ähnliche Ideen wie Luther vertreten hat, aber eben der Buchfruck noch nicht weit genug entwickelt hat. Die haben auch militärisch viel vorgedacht, die Hussiden bei ihren Aufständen und waren damit sehr erfolgreich. Krämer hat auf jeden Fall dort schon viel Erfahrung mit der Bekämpfung von Ketzerei im engeren Sinne gesammelt und wurde dann 1474 zum päpstlichen Inquisitor mit einem eigenen Zuständigkeitsbereich. Er konnte eigentlich überall als Inquisitor arbeiten, solange der lokalen Inquisitor quasi dabei war und ihm zustimmte. Und wenn es kein lokalen Inquisitor war, durfte er überall in Europa eine gewisse Tour bestätigt werden. Die Dominikanermönche haben ja auch das Armutsgelübde abgelegt, wenn ich das noch recht weiß. Ja, ja, ja. Das heißt, er war ein Battlemönch, der durch die Lande gezogen ist und wenn er gerade Lust hatte beziehungsweise sich berufen gefühlt hat gegen Ketzer und Hexen, was ihm auch vielleicht gerade vor die Schnauze gekommen ist, vorzugehen, da konnte er das einfach. Er ist auf jeden Fall in den meisten Orten allein oder nicht allein, aber allein als Türen der Inquisitor dort eingetreten und war dann in Oberdeutschland unterwegs, also das heißt Süddeutschland und war kurz Führer eines Dominikalerklosters, Prio, für zwei Jahre und hat das dann aber nach kurzer Zeit wieder verlassen, weil man als Prio keine Hexe verbrennen kann und keine Ketzer verfolgen. Der Schöne hat er das auch nach zwei Jahren in der Schilder gelegt. Und er war eben auch ein sehr unsympathischer Zeitgenosse, der sehr schlecht mit Kritik umgehen konnte, der Geld veruntreut hat, was dann in der Folge, also Geld, was gegen die Bekämpfung der Türken gesammelt wurde, gegen die türkische Explosion auf dem Balkan, hat er 1482 dann veruntreut und hat sich dann damit aber verteidigt, dass das Geld auf seinem Konto nur auf den richtigen Zeitpunkt warten würde. Also er hat das Geld gern veruntreut, er passt nur drauf auf und wurde dann nach Rom bestellt, um sich unter Androhung der Exkommunikation zu erklären vor dem Papst. Wer hielt das für eine gute Idee, ihn als Inquisitor einzusetzen? Deshalb habe ich mich auch gefragt, als Sebastian Kurz demnetz gefeuert wurde, er ist jetzt schon auch eine Weile her, einen direkten Monat später ein Angebot im Silicon Valley als Topmanager bekommen hat. Als ich dann herausgefunden habe, dass es Peter Thiel war, war mir einiges klarer, aber das ist schon seltsam. Ja, du musst dir in der Zeit die Päpste als eine Folge von Peter Thiels und Donald Trumps vorstellen. Und so Päpste, man darf das nicht vergessen, da wurden extra immer uralte Männer berufen, damit die nach zwei, drei Jahren auch sterben und ein neuer kommt. Damit keiner zu viel macht, weil jeder hat mit Simulismus quasi seine Familie in wichtige Positionen gehievt und zu dem Emperor vergeben wie Kien. Und die Gesundheit des alten Mannes, davon ging quasi der gesamte Clan ab. Und deswegen, ja, alle paar Jahre neuer Papst und zu der Zeit aber Innocent VIII, also erst Papst Sixtus und dann Innocent VIII waren die zwei Päpste, die dann zu dieser Zeit relevant sind und die waren beide große, auch Hexengläubige und waren pro Inquisition und haben das alles enorm ausgebaut zu der Zeit auch. So Kramer kam aus einfachen Verhältnissen und hat sich hochgearbeitet, ja, was vielleicht auch mit seinen Hexenglauben zu tun hat, ne, der ist quasi im einfachen Volk aufgewachsen, aber die Päpste wurden meistens als junge Männer schon von ihrer Familie so hochbefördert relativ schnell durch die Ränge, dass sie dann irgendwie, also, dass die tatsächlich mehr Führungserfahrung hat, man weniger Erfahrung als einfache Menschen, wie Kramer jetzt oder weniger Bezug zum einfachen Volk hat. Auf jeden Fall waren die sehr Hexengläubig und haben, auch wenn sich Kramer, nachdem er das Geld veruntreut hat gegen die Türken, in keine finanziellen Angelegenheiten mehr anvertraut wurde, wurde er weiterhin als Inquisitor eingesetzt. In Ravensburg wurden auf seine Predigt gegen acht Frauen auf Scheidehau verbracht. Das ist manchmal der Brandrede. Das ist manchmal der Brandrede. Und nachdem er quasi in den Sheppard unterwegs war, ist er nach, also in Süddeutschland unterwegs war, ist er nach zurück nach Rom und hat dort sich vom Papst Innocence, der der neue Papst war, nochmal quasi eine Brandrede gegen die Gefahr der Hexerei gehalten und hat dann von dort eine Bulle nochmal bekommen gegen weite Befugnisse erteilt hat in ganz Deutschland. Aber da diese päpstliche Bulle, die hat sich Kramer ja Jahre bevor er überhaupt angefangen hat den Hexenhammer und seinen Wahn niederzuschreiben ausstellen lassen und hat diese päpstliche Autorität mit in dem Hexenhammer abgedruckt. Genau, das ist die, die auch abgedruckt ist im Hexenhammer. Ja, die Ausbefugungen die wird zusammen. Kramer geht nämlich nach Innsbruck und predigt dort vor den Massen die Gefahren zeichnen und Schutzmaßnahmen gegen Hexerei und näht alle Leute dazu ein die irgendwas gehört haben ihre Nachbarn zu denunzieren bei ihm. Und durch die erfolgreiche Propaganda der Inquisitoren oder der Obrigkeit haben sie sehr bald eine ganze Menge an Zeugnissen gesammelt wo Leute ihre Nachbarn aussagen oder gegen andere Leute in der Stadt. Es wurde dann eingegrenzt und am Ende waren 50 Personen auf der Liste die Kramer vorgestellt hat die der Hexerei verdächtigt wurden. Dann geschieht aber etwas Unerwartetes nämlich das mal gar nichts für drei Wochen was sehr untypisches für Kramer wenn er erstmal eine Liste mit Hexen hat und nach diesen Wochen der wahrscheinlich harten Gespräche hinter verschlossenen Türen stellt Kramer eine Liste vor mit 14 Namen nur noch. Viele sind rausgeflogen aber es sind auch neue dazugekommen. Keiner weiß genau warum oder wieso. Auf jeden Fall sind Teile der neuen Namen Leute die in drei Wochen Kramer persönlich beleidigt hatten. Komischer Zufall eine eine dieser Personen ist Helena Schubert die ist meine Heldin eine sehr emanzigierte Frau im 15. Jahrhundert war weil sie Kramer als ihm auf der Stadt belegelt ist hat sie vor ihm auf den Boden gespuckt ne sie hat ihn angespuckt entschuldige sie hat ihn angespuckt und verflucht und gesagt dass sie die Teufel entholen sollen und dass er ein böser Priester ist und dieser Stadt nichts gutes will und hat sich dann auch noch geweigert zu seinen Predigen zu kommen gegen Hexerei und hat anderen Leuten gesagt dass sie da auch nicht gekommen weil es ging mit Laune gemacht und das hat ihr einfach mal den Platz auf der Hexen Tüste ähm cancel culture damals richtige cancel culture und nicht gerade geholfen hat Helena dass sie in der Stadt sowieso ein bisschen als Hexe verrufen war oder als Truse wie man damals noch gesagt hat sie hatte anscheinend eine Frau krank gemacht um eine erfähre wie ein Wiemann zu haben und anscheinend meinen Ritter vergiftet ähm munkelt man munkelt man weiß ja wie das in so süddeutschen Kleinstädten ist da wird viele munkeln sehr schnell und der Fall dieser dieser Helena ist ganz spannend es ist quasi eine eine Frau die aufbegiert gegen kirchliche Autorität und ganz direkt gegen seine Person oder ganz generell schon bei seinen Kollegen schlecht umgehen wenn jemand widerspricht und wenn es eine Frau aus einem einfachen Volke ist nein eine Frau ist für ihn natürlich komplett unerzertlich und die Vorwürfe gegen sie dass sie eben Leute getötet hat für Sex und so sind natürlich ganz typische Sachen die sich später bei Krabber ganz viel finden die sexistische Linie da werden wir später noch was zu sagen haben auf jeden Fall kann man vielleicht auch gleich dazu sagen dass zu dieser Zeit in der Kramer dann in Innsbruck war eine unglaubliche soziale Mobilität sich entwickelt hat also unglaublich für die damaligen Verhältnisse Frauen konnten rein zimpfte eintreten waren dann also auch finanziell nicht mehr so abhängig von ihren Männern und das hat Frauen wie der besten Freundin Institutus natürlich ermöglicht auch andere Freiheiten für sich zu beanspruchen und gegen andere Autoritäten vorzugehen wenn man nicht mehr den Schlag des Mannes oder des Staates fürchten musste wenn man sonst ein Aufbegehung hat also sie war auch ein Kind ihrer Zeit und vielleicht daher auch das Hassbild Institutus der sich natürlich die guten alten chauvinistischen Zeiten zurück wünschte in denen die männliche kirchliche Autorität regiert und Frauen lediglich die Aufgabe der Reproduktion zugute kommt und ja also sie war vielleicht eine Feministin in der ersten Stunde zur damaligen Zeit und deswegen meine persönliche Heldin dass sie in Citurus angespuckt hat das freut mich noch viel mehr ja man kann es nicht besser tun das Gute was noch viel besser ist dass Helena es überlebt hat weil Spoiler Alert bei ihrem Prozess dann Kramer nachdem er quasi schon Helena gefoltert hat und quasi schon verhört hat auf einmal ein Anwalt aufgetaucht ist der sich vertreten hat als Rechtsbeistand und der sehr schnell die gesamte Argumentation von Kramer ad absurdum geführt hat und ihm vorgehalten hat auf wie viele Arten er gerade das Recht bricht und hat dann sehr schnell den Rat der Stadt ungestimmt das ist ja alles relativ irrsinnig und tatsächlich rechtswidrig ist und dann wurden alle 14 Leute auf der Liste freigesprochen und Kramer wurde vom Bischof aus der Stadt gejagt nachdem er aber erst nachdem er zwei Monate in Innsbruck war und zweimal versucht Frauen persönlich zu entführen und als Hexen zu foltern und die wurden beide mal wurde das quasi unterbunden und dann wurden die Leute zunehmend wütend weil Kramer halt wie so ein wahnsinniger durch die Stadt gerannt ist und versucht ihre Mütter und Frauen zu entführen meine Fresse und dann hat der Bischof irgendwann auch gemeint er kann ihn quasi nicht mehr schützen und das einzige was er in seinem Bistum zu tun hat ist es zu verlassen und Kramer wurde in seinem Leben selten zu schreiben jetzt kommen wir eigentlich zum Thema der theoretische Mitautor der immer wieder auf dem Cover steht ist Jakob Sprenger das war auch ein Theologe der Zeit aber war im Gegensatz zu Krämer viel anerkannter der Mann hat nach dem Traum den Rosenkranz Kult in Deutschland popularisiert dass Katholiken heutzutage Rosenkranz beten geht auf Jakob Sprenger mit zurück das fand ich ganz spannend noch zu ihm aber viel mehr muss ich nicht sagen weil seine Mitautorschaft tatsächlich umstritten ist und nicht klar ist wie viel er zum Werk beigetragen hat abgesehen von seinem Namen und den theologischen Unterschriften von der Fakultät der der vorstand 1486 war das Manuskript vom Hextauer fertiggestellt und Kramer hat dann mit dem Gütesiegel der Fakultät der Universität von Köln wo Sprenger damals gelehrt hat und mit einem Vorwort vom Kaiser veröffentlicht er das Werk und verkauft sich sehr gut am Anfang noch ein bisschen leiser aber in den Jahrhunderten danach wird es im regelrecht ein Bestseller einfach weil es an sich drei Teile vereint also ist es theologische Rechtfertigung die sagt warum es rechtgläubig und gut ist an Hexen zu glauben und warum es quasi nicht katholisch ist nicht an Hexen zu glauben dass man sich strafbar macht wenn man das überhaupt denkt dass das Hexenglaube was verwerfliches sein nach der Zurückweisung die Wahrheit ersichtlich sein wird einige nämlich haben nach der Lehre des Thomas von Aquin wo er von der Hexenhinderung spricht zu behaupten versucht es gäbe auf Erden keine Sauberei sie leben nur in der Vorstellung der Menschen die natürliche Erscheinungen deren Ursachen verborgen sind den Hexen zuschreiten also eine moderne entscheidend dass das einfach Unverständnis von natürlichen natürlichen Vorgängen ist andere geben zu dass es Hexen gibt dass sie aber nur der Einbildung und Fantasie bei den Hexentaten mitwirken noch andere behaupten die Hexenkünste seien überhaupt Fantasie und Einbildung mag auch ein Dämon wirklich mit einer Hexen zu tun haben also man sieht zu seiner Zeit hat Krämer auf jeden Fall mit Positionen zu tun die wir durchaus als den wir uns vertraut fühlen könnten er wenn er mit Leuten das einfache Volk ist in Kontakt gibt es da viele Leute die einfach sagen ich glaube nicht an Hexen oder selbst wenn es die gibt dann können die nichts wirklich mehr antun und wenn wir jetzt gerade schon bei der Frauenfeindlichkeit als zentralen Motiv sind kann ich kurz Zitat vorlesen was hier genauso gut reinpasst wie irgendwo später schlecht ist also die Frau von Natur aus dass sie schneller am Glauben zweifelt auch schneller den Glauben ableugnet das ist die Grundlage für die Hexen und daher sagt Christo Thomas über Matthäus 19 10 es trompt nicht zu heiraten was ist denn das Weib Alter anders als die Feinde der Freundschaft eine unentrinnbare Strafe ein notwendiges Übel eine nachträgliche Versuchung eine natürliche Versuchung ein wünschenswertes Unheil eine häusliche Gefahr ein ergötzlicher Schade ein Mangel der Natur mit schöner bemalt ähm ja Seite 96 und Seite 231 ja ich zitiere ganz kurz Luther Predigt vom 6. Mai 15 26 von der Zauberin warum nennt das Gesetz hier eher Frauen als Männer obwohl doch Männer dagegen verstoßen weil Frauen mehr als jene durch Verführungen dem Satan unterworfen sind wie Eva es ist ein überaus gerechtes Gesetz dass die Zauberinnen getötet werden denn sie richten viel Schaden an was bisweil ignoriert wird sie können nämlich Milch Butter und alles aus einem Haus stehlen sie können ein Kind verzaubern auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen dass der Körper verzehrt wird im Knie wenn du solche Frauen siehst sie haben teuflische Gestalten ich habe einige gesehen deswegen sind sie zu töten Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu sie verabreichen Tränke und Beschwörungen um Hass hervorzurufen Liebe Unwetter alle Verwüstungen im Haus auf dem Acker über eine Entfernung von einer Meile und mehr machen sie mit ihren Zauberpfeilen Hintende dass niemand heilen kann die Zauberinnen sollen getötet werden weil sie Diebe sind Ehebrecher Räuber Mörder sie schaden mannigfaltig also sollen sie getötet werden nicht allein weil sie schaden sondern auch weil sie Umgang mit dem Satan das kann man einfach mal so stehen lassen ich weiß was was dazu sagen wir stellen den Elipaten dieses Zutaten einfach mal hier ab und verlasse ganz leise auf Zehenspitzen das Zimmer Man sollte einem Mann nicht vertrauen der Frauen nur trifft wenn sie ihn entweder an der Straße anspucken oder er sie foltert Gefährliche Basis von Wissen Gefährliches Halbwissen der erste Teil hat ja quasi schon komplett falsch gesetzt die Quellenangaben zu den Kirchenfeldern und so und der zweite ist einfach Tatsachenberichte wo er einfach so sagt das passiert die ganze Zeit und das hat er gehört und er versucht zu katalogisieren was für Art und für Besessenheit gibt es denn und dann ab und zu wieder ein paar Bibelzitate aber seine eigenen Geschichten haben keine großen Referenten es wird gesagt was in Marburg passiert oder in Hessen oder weißt es gibt immer so eine grobe Referenz und das war es da manchmal sind es auch Männer aber generell also sind es einfach alles Menschen die mit dem Teufel in den Pakt eingegangen sind und Frauen neigen eben aufgrund ihrer Schwäche das Zitat vorhin habe ich ja schon gelesen eben mehr dazu sich vereinnahmen zu lassen von dem Teufel und deswegen lassen Frauen auch so gern Penisse verschwinden also Hexen es gibt viele Berichte also es gibt so ein paar Hebammen gibt es ein paar Sachen es gibt so ein paar Sachen zu Dämonen Besessenheit nach hauptsächlich von Frauen die dann zu Sex Inkubi werden und dann zu Sex versessen sind und so man kennt das vielleicht aus Head-Over-Filmen so ein bisschen wurde alles popkulturell viel wieder aufgearbeitet aber ganz oft geht es um Potenzprobleme von irgendwelchen Bürgermeistern impotente Bürgermeister ja ein Problem ist jede klein ja relatable würde ich sagen wenn man Tübing wohlt und genau und dass eben einfach Penisse verschwinden also da empelt ein junger Mann auf der Straße eine alte Frau an und sie verflucht ihn oder guckt ihn böse an und dann geht er nach Hause und sein Penis ist weg und wenn er nach unten guckt ist da einfach es sieht aus wie so eine Barbie wie so ein Ken einfach so smooth skin weißt so einfach glatt und glücklicherweise wird man gefunden ist sondern dass es nur die optische illusion ist aber aber oft kommt er nie wieder der Penis oft ist einfach weg es gibt eine Geschichte wo der Mann dann die Frau zur Rede stellt und glaublich verbrennt und dann kommt sein Penis wieder und der Bürgermeister kriegt dann wieder einen Steifen nachdem die also was immer gerade der Fallstolz bei heilig zu sein wird also das heute wohl zu sagen würde der hätte wahrscheinlich nicht die Frauen befragt sondern hätte wahrscheinlich die Männer nach ihrem Vater befragt Freud hat sich intensiv mit Hexenhaber beschäftigt und hat das Verhältnis zwischen Hexe und Quisito mit den Klienten und Analytiker nur so viel gewagter Vergleich und das zu sagen nachdem man den Hexenhaber nach Aussagen von Freud intensiv das irgendwie klar zu kriegen Ja ich meine das Phänomen der verschwundenen Penisse der verschwundenen Glieder ist ja auf jeden Fall ein Thema das sich durch die Geschichte der Psychoanalyse genauso zieht wie durch den Hexenhammer kann man schon verstehen dass es da eine gewisse Affinität gibt von Freud und auch den Willen dem Penis auf die Spur zu gehen aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe wenn jetzt tausende von Gliedern von Penissen in ganz Europa plötzlich verschwinden wo gehen die hin wo gehen die ganzen Penisse hin die sind auch dort die sieht man nur er hat noch eine elaborierte antwort auf diese frage soll ich vielleicht mal vorlesen was endlich von denjenigen Hexen zu halten ist die solche Glieder in bisweilen beträchtlicher Menge 20 oder 30 auf einmal in ein Vogel nest oder in irgendeinen Schrank einschließen wo sie sich wie Lebewesen bewegen Hafer oder Futter essend wie sie von viel gesehen worden sind und das allgemeine Gebet erzählt so ist zu sagen dass alle diese Dinge durch Teufelswerk und Täuschung ausgeführt werden so werden nämlich die Sinne der Sehenden auf die angegebene Weise getäuscht es berichtet nämlich Einer dass als er das Glied verloren hatte und sich zur Wiederverlangung der Gesundheit an eine Hexe gewandt hatte sie den Kranken befahl auf einen Bauch zu steigen und ihm erlaubte sich aus dem Nest in dem mehrere Glipp waren sich das was er wollte zu nehmen als jeder versuchte ein großes zu nehmen sagte die Hexe du sagst es nicht nehmen drückte hinzu dass aber man kriegt auf alles eine Antwort also auch antworten auf Fragen die man nicht gestellt hätte eine täuschung eine dämonische täuschung sie sind gar nicht dort neben dämonischen täusungen der riesenpenisse von farad Cornelius gibt es auch wiederkehrende antisemitische Motive Überraschung deutsches brosen mittelamt der Zeit ein Dauerpferder Riesendauer also der der beruhte Hexensabbat zu dem quasi die Hexenachts aussparen gemeinsam um dann Orgien zu haben dem täuschen Tier geschnallt und so weiter Kinder 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 zu essen was man so macht als Hexenacht dass da der Begriff Stabat drinsteckt zeigt die Verbindung von quasi ganz sehr beliebt antisemitischen Tropen der Zeit an den Hexenglaub die Post die Entschändung ist bei vier Prozessen wie in Bamberg eine der am meisten aufgeführten Todes Ursachen begangenen kätzerischen Verbrechen die Hostien wurden dann stückwört und quasi gefoltert wie Christus weil es ja ein Stück vom Leib Christi ist das ist mein Leib das Tram Blut und dann quasi die Hostie irgendwo festnagelt so ein bisschen Martyr so eine Voodoo Puppe der Leid der Jesus Es ist ja auch damals noch nicht lange her dass überhaupt erst die Rede von Gottes Mord Jesus der Moment als in Deutschland die lustigen Judenhüte aufsetzen muss warum er auf den alten Bildern auch immer daran erkennt wenn Jude dargestellt ist bis die ja meistens die lustigsten Hüte auch seiner Tipp mittelalterliche Kunstgeschichte weil Antisemitismus kurz bevor der Hexenhammer erschienen ist so knapp ich glaube 150 Jahre davor gab es ja auch die Schäferkreuz Züge da hat er auch in Südfrankreich ein kleiner Hirtenjunge die Eingebung dass er die iverische Halbinsel von den Mauren befreien müsste und ein her um sich scharen müsste ist dann durch die ländlichen Regionen Frankreich gezogen hat Anhänger um sich geschah aber hat natürlich vergebens nach den Mauren gesucht alle natürlich unerfahren in der Kriegsführung alle mit bewaffnet was sie gerade finden konnten sind die dann nach Westen gezogen aber was sie Gemeinden in denen es eine kleine jüdische Gemeinde gab und um sich dann ein bisschen zu erproben und ja massakrieren will ja auch gelernt sein haben sie einfach die jüdische Bevölkerung in dutzenden Kleinstädten in der französischen Provinz geschlachtet haben die Synagogen verbrannt kleinere Pogrome hier oder da dass selbst die christlichen Herrscher auf ihrer Rute die jüdische Bevölkerung offiziell geschützt haben Züglern den selbst ernannten nicht Einlass gewährt haben zu ihren Städten also der Antisemitismus der sich auch dann selten oder nicht selten häufig in dieser Zeit in so kleineren Pogromen auch bei anderen Kreuzzügen diese frühen Tropen die da aufkommen die Hostie Entschändung zu der Zeit Krämer war als bevor den Hexen haben geschrieben hat auch hat in Trient in Norditalien Prozessen gegen Juden beigewohnt wo es um ermordetes Kind ging was heutzutage ein heiliger lokal heiliger in der Kirche dort ist am Ende wurden über 16 erwachsene Männer der indischen Gemeinde von Trient hingerichtet einfach nur weil das tote Kind bei ihnen vom Haus lag morgens quasi mit den Nadel strichen und dann wurde da quasi Hostie entschändung und sie hatten diesen christlichen Knaben quasi ähnlich wie das Kind Baby Jesus auch glaube ich 12. Jahrhundert das erste Mal diese Truppe auf da wird auch Juden aus der Bevölkerung nachgesagt kurz vor Wustern ein kleines jüdisches Kind entführt zu haben gefoltert zu haben und ihnen wurde nachgesagt das Blut des Kindes dann für ihre Matzen zu verwenden und diese Matzen sollen ihnen auch wieder übernatürliche Kräfte verleihen und weil die Juden nicht mehr an den einen Gott katholischen Kirche es wurde aktiv dafür gesorgt dass man mit Juden also dass die das Juden und das Christentum nicht die gleiche Religion war es wurde viel darauf gesetzt Juden zu abbern und sich abzugrenzen aber deswegen auch der Hass auf die Juden denen nachgesagt wurde dass sie mit dem Teufel eben im Bunde stehen und nicht einfach nur in anderen Glauben ein bisschen verfolgen oder wie ich vorher an den gleichen Gott und an die gleiche ein Großteil der gleichen Tradition Glauben und eben wo sie im letzten Schritt nicht mitgegangen sind aber trotzdem eine der Religionen des Bukes sind die als vorgänger Religion eigentlich wertgeschäft werden oder wird also das mittelalterliche Verhältnis war immer so zwischen wo die haben ganz altes geheimes Wissen was wir uns erschließen können weil die glauben an den Gott schon viel das Problem wenn sie nicht konvertieren ist das nicht ein Zweifel an unserer Sekte die aus ihrer Religion hervorgegangen ist so impliziert und gleichzeitig auch wieder ein Zweifel an der weltlichen Autorität die ja wiederum durch Gott eine Rechtfertigung gefährt Der dritte Teil ist der historisch wahrscheinlich noch mit interessanteste weil der in seinen Auswirkungen weitreichendste war das ist der Hexenprozess recht quasi die praktische da geht es um so basic Sachen wie man ein Zimmer von mit welchen Kräutern welchen Gesängen vom Exorzismus Hexerei befreien kann Hexerei sicher machen kann also tatsächlich so Rituale bis hin zum Prozessrecht wie ein Prozess geführt wird wie gefoltert wird was bevorzugt zu verwenden ist eine der Lieblingsfolter Methoden von Krämer war den Leuten die Arme hinter den hinter die hinter Brücken zu verbinden und dann einer Schnur nach oben zu ziehen bei dem Gegengewicht das gleichfristig zu gebrochenen Schultern führt wenn man das zu lang macht verschiedene neue Folter Methoden auch in diesem Buch verbreitet er legt so Sachen fest wie dass alle verhext sein können außer die Hexen prozessieren da ist man natürlich selber schon mal safe und versucht eigentlich die ganze Zeit geltendes Recht nochmal auszuwöhlen zu gehen das eben auch eine Lehre aus Innsbruck die haben ihn damals eben mit dem Anwalt auf dem Geldrechts ausgeworfen und gesagt hier wird niemand verbrannt und er bietet das Recht jetzt und er findet sein eigenes Rechtsrecht um machen zu können was er will also er erschafft ein Alternativrecht weil er sagt das ist eigentlich ein religiöses Problem hier zu bekämpfen und nur die eigentliche Exekution ist aber wenn es nicht möglich war sollte ihnen ein Anwaltsreiter gestellt werden der sich nicht für ihre Verteidigung einsetzt wenn der Beschuldige nicht bereit ist seine Schuld einzugestehen und die Staatsanwaltschaft den dringenden Verdacht hat dass er tatsächlich schuldig ist dann ist die Folter anzuwerben also jedes mal aber vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück weil ich meine bis zum Verhör und zur Folter passieren ja noch einige Schritte also es gibt vielleicht in der Stadt Gerüchte oder wie kommt es dazu also in Citoris zieht ja nicht von Stadt zu Stadt und nimmt wahnlos Leute sondern die Leute werden ja auch zu ihm gebracht wenn der Verdacht besteht dass Hexerei vorliegt er muss es so vorstellen er geht sonntags in die Kirche übernimmt quasi die Hauptkanze alles schon dort das Hesse Brand redet über großen Gefahren der Hexerei verbreitet seine Verschwörungstheorie lässt es ein bisschen gern und macht am Ende klar dass jeder der quasi was weiß und nicht zu ihm kommt sich schuldig macht und dann hast du quasi ganz klassisches Denunziantentum mit der kirchlichen Aufforderung das zu machen eine Situation wonach immer mehr Leute sich erinnern dass sie doch mal was gehört haben oder ihnen fällt schon was ein weil der Nachbar geht in Schanai auf den oberen Gesellschaftsschichten zuzuordnen sind danach zeigt sich dass es vor allem sozial geächtete oder so trifft davor hatte ich das Gefühl dass die Menschen darin sowas wie ein Scherbengericht gesehen haben um machtvolle Positionen neu zu besetzen irgendwann waren natürlich auch die Hexenprozesse ein Selbstläufer weil jedes einzelne Favir eine ganze Liste an neuen Namen hervorgebracht hat die dann wiederum verheert wurden und dann war das ein Selbstläufer also in jeder Stadt ging von einem einzigen Prozess Dutzende weitere aus und ich habe das Gefühl da hat sich grundlegend was geändert vor dem Hexenhammer und nach dem Hexenhammer Ich würde es dann auf den Hexenhammer schieben weil auch im Hexenhammer wird festgelegt dass derjenige der den anderen zu recht den den und den Nachbar hat Hexer oder was auch immer der wird dann gefoltert und gibt das zu wird hingerichtet dann bekommst du einen Anteil an seinem Vermögen und das macht natürlich den Staat am Anfang macht es natürlich sinnvoll wenn man jemand reichen den 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 lohnt sich das Ganze auch richtig und den schuldet man wahrscheinlich auch Geld wenn der reich ist genau also wir haben jetzt zahllose denunzierte in der Stadt in der Institoris mit Bannern einreitet um das göttliche Werk zu vollenden und die Heretiker und Ketzer aus der Welt zu bannen die werden ihm vorgeführt und du hast gesagt gegen dich Beweise vor auch wenn es keine Beweise gibt es wird gelogen du darfst nur als ein Vizidu du hast falsche an und wenn das ausweicht schon Aussagen mit anderen Namen zu bekommen du folterst den Scheiß aus dem Sicherheit nochmal nach aber um volles Geständnis zu bekommen weil so ein gesamtes vollumfängliches Geständnis es braucht schon Zeit und die Leute wissen oft bevor sie gefoltert werden und auch während sie gefoltert werden noch gar nicht genau was sie sagen sollen weil die Leute sind natürlich schnell bereit alles zu sagen aber herauszufinden was Incidobus also Kramer genau hören will ist ja schon eine gewisse Kunst und je weiter die Hexenprozesse fortschreiten desto universaler wird die Antwort gefoltert weil die dann wissen was die Inquisition erwartet beziehungsweise was erwartet Justberna in ihrer Olle und dann wird immer öfter von Hostien Schänden geredet von lächtigen Flügen vom Sabbat und all die Versuche quasi zu sagen man hätte die Person nicht gesehen wird hätten alle Masken gepragen oder man hätte niemand erkannt den man kennt beim Sabbat und so das wurde alles schon versucht in den ersten paar Sessions und irgendwann ist das einzige was tatsächlich hilft das genaue Schändnis abzulegen was und dann muss man nach dem Recht der Zeit des Geständnisses noch mal vor dem Gericht ungefoltert wiederhol das geht Krämer aber so ein bisschen dem man sagt man kann den Leuten einfach wieder Folter androhen wenn sie nicht das richtige sagen und sie einfach noch ein bisschen folter also das ist einfach eine Frage der Sessions auch die Begrenzung von Scholterung im Recht des Palligen Römischen Reiches der Zeit das war im Moment die Constitutio Criminalis Carolina Krämer arbeitet quasi an der Basis des Weltrechts sagt eigentlich darf man dreimal Folter führt dann aber aus dass man die Sessions einfach ein bisschen aufteilen kann und einfach als Fortführung der vorherigen Folter kann man kann unbegrenzt oft Folter einfach sagen ja gesehen ob Folter 1 Teil Schrift zu dem wir hatten Folter 2 geht morgen ist dann wurden in deutschen Raumen nach der Antik nach dem die Leute schritte werden die meistens verbrannt teilweise noch vorher mit kühlten Zangen gezwickt ein paar Mal öffentlich als Folter mit wurde bevor sie verbrannt wurden und die Jahrhunderte nachdem das Werk veröffentlicht wurde wurde immer populärer und zwar eben populär weil es im letzten Teil diese praktische Anleitung hat die jeden dazu beferrikt eigentlich bei sich im Dorf einen Action Prozess zu starten das war natürlich jetzt so wäre nicht korrekt die kürtlichen Autoritäten hätten da gerne Finger drauf gehabt aber in der Realität wurde dieses Buch nicht nur von religiösen dominikanermönchen oder von Inquisitoren langfristig verwendet sondern auch von Laien von weltlichen Autoritäten Die Kirche hat das langfristig eher kritisch gesehen das Buch aber die Popularität im deutschen hat keinen Abbruch geteilt Ich meine wir können auch die Hexenverfolgung nicht aus unserem modernen postmodernen Blickwinkel betrachten und an den Maßstäben messen an denen wir heute das Weltgeschehen die Menschheit betrachten letzten Endes wenn die Hexen verbrannt wurden kam das auch einem Gottesurteil gleich normal den Leuten ja was Gutes getan indem es verbrannt hat weil man hat sich schon so viel vorleiten lassen wie möglich ist und dann wenn sie vor Gott treten mit ihren Sünden haben sie die Möglichkeit zu sagen am jüngsten Tag zu erhalten von daher tut man den ja einen gefallen wenn man sie ihrer Strafe entsprechend noch foltert und dann eben auch den schmerzhaftesten oder die schlimmste Todesart was gegen sie verhängt weil sie dann als Pochsteller eine bessere Chance hat ein Kramer hat auf jeden Fall sein ganzes Leben nichts bereut ist er dann in 1520 in Mähren gestorben ist er als Großinquisitor von Böhm und Mähren eingesetzt hat er dann noch weitere Leute verfolgt und sich aus geschrieben und ist aber unbeachtet gestorben Der Hexenmann hat ja mit dem Hexenhammer eigentlich erst erst richtig begonnen Also es wurden 3 Millionen Leuten anscheinend der Prozess gemacht und 40.000 bis 60.000 hingewiesen davon wird aber von einer sehr sehr großen Druckenziffer ausgegeben weil das ist tatsächlich nur die wo die Akten haben Aber das erstaunt mich jetzt ich dachte 90% oder so dieses Hexenurteils würde mit dem Todesurteil enden Es ist interessant dass doch so viele Hexenprozesse eine Unschuld festgestellt haben und mit Preisspruch geendet haben Na in Deutschland nicht so oft und vor allem auch wenn es weltliche Gerichte waren nicht so oft Da gab es tatsächlich sehr hohe Verurteilungskarte aber in Frankreich in Spanien in Norditalien ist der Statistik drin bei den Verhörten die haben extrem wenig Gehirn nicht do wenn man das so rechnet und von den 60.000 würde ich immer noch sagen bloß hohe dunkle Ziffer ist ein großer Teil im deutschsprachigen auch verbrannt worden also über 60% habe ich gelesen ich habe aber 50% gelesen ich glaube das sind unterschiedliche Zahlen natürlich auch also schätze so für den gesamteuropäischen Raum die Christian in Spanien hat ganz schnell aufgerübt mit Hexenverbrennung wieder und hat sich auf die Moslems und Juden und die Konvertiten konzentriert Ja das Alhambra Edikt kam dann ja auch noch auch ein Meilenstein der antisemitischen Geschichte Genau also die Antisemitismus konzentriert die Spanien und die Hexenverfolgung in Norditalien generell Italien war sehr viel positiver da wurden viele Sachen verhörter aber wir waren viel skeptischer was den Hexenverfolgung angeht und in deutschsprachigen Augen hatten gesagt die Vorgängerwerke und solche Sachen ist zu einer extrem hohen Akzeptanz von Hexenglauben unter den Verfolgern geführt hat also da hat quasi die Verschwörungstheorie gut Halt gefunden und in anderen Bereichen in anderen europäischen Ländern weniger und deswegen haben wir glaube ich auch eine höhere Verurteilung gerade es wurden natürlich nicht nur Frauen es wurden Männer es wurden Kinder hingerichtet im skandinavischen Raub war es vor allem Männer die als Hexer hingerichtet wurden aber die germanische Tradition hat quasi dass die Angeln in Sachsen nach England mitgebracht haben zum Beispiel dass vor allem junge Frauen der Hexerei verdächtig mit ihren Kindern gestorben sind dass die ihr Kind geopfert hätten oder sich bewusst getötet hätten mit dem Teufel das ist quasi was was in England auftaucht nachdem die Angelsachsen da auftauchen und ist was was im deutschsprachigen Raum in weit verbreiteter quasi Glaube war der da auch heilisch Christentum mit rein diffundiert ist es ist im Endeffekt wenn man sich das so anschaut kein katholisch europäisch christliches Problem sondern überkonfessionell auch deutsches Problem also das war in den protestantischen Gemeinden nach der Reformation riesen Ding das ist das ist denke ich auch ganz entscheidend die katholische Kirche hat dann wiederum diese Bewegungen innerhalb der Kirche als Sektierertum aufgrund von diabolischen Kräften gedeutet und hat damit auch nochmal die These verstärkt dass tatsächlich böse Kräfte am Werk sind die nun auch dazu übergehen die Kirche an sich zu teilen und Luther wollte klarstellen dass er nicht offen wechseln weil es auch gegen Hexer den europäischen Siedlungsgebieten in denen sich der Protestantismus ausgebreitet hat mehr Hexenprozesse durchgeführt wurden und mehr Leute vor allem umgebracht als in den katholischen also in diesem einen Fall war in der Anfangszeit die katholische Kirche weniger blutrünstig als die evangelische auf auf jeden fall weil einfach auch die evangelische Kirche war gerade in der Reformation sondern Revolutions Phase da Bilderstürmerei angesagt da man die Bauern aufstände also hat Luther aufgedient was ging und dann zurückgerudert was ging weil er doch so radikal sein rollt ich würde noch mal kurz gerne auf die Opferzahlen der Hexenverpeilung eingehen also die Forschung geht davon aus dass es 40.000 bis 60.000 und Tote gab aber da ist auch noch Raum nach oben also viele Dunkelziffern aber Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Auftauen der Völkischen Bewegung hat eine Umdeutung der Hexenprozesse angedeutet die maßgeblich von drei Gestalten die uns aus der Geschichte bestens vertraut sind also zumindest den ein oder anderen maßgeblich für eine neue Rezeption des Hexenmanns war die Völkische Bewegung in Deutschland die von Alfred Rosenberg also dem Chefpropagandisten des Dritten Reiches also der der die Theorie für Goebbels eloquente Reden geliefert hat und auch für Mein Kampf etc. also der Stichwortgeber Hippler Sücks persönlich hat begonnen im Rahmen der Völkischen Bewegung die Hexenverbrennungen als Grausamkeiten des Christentums mit einer jüdisch östlichen Tradition und er hat in den ganzen Hexenverbrennungen und Hexen stand für ihn für germanisches Brauchtum und nicht für irgendwelche ketzerischen Rituale sondern als die Überbleibsel germanischer Kulte in ganz Europa gegen die die Kirche aktiv vorgegangen ist Alfred Rosenberg hat plötzlich von 9 Millionen Hexen die in Europa verbrannt wurden geredet also doppelter Geschichtsrevisionismus der da jetzt betrieben wird von Seiten der Nazis also Zahlen zu fälschen das können die Nazis auf jeden Fall und Alfred Rosenberg ist auch denke ich eine Gestalt mit der wir uns nochmal beschäftigen aber er hat begonnen eben diese Hexenverbrennungen germanisch zu deuten völkisch zu deuten und als Kritik gegen die Kirche die wiederum jüdisch einer jüdischen Tradition entstammt anzupreisen also massgeblich daran beteiligt war aber nicht nur Alfred Rosenberg sondern auch noch Erich Ludendorff ich höre dir kannst du was zu Erich Ludendorff sagen abgesehen davon dass er General war blühender Hitlerunterstützer und dass er es war der die Deutschschlusslegende mit in die Welt gesetzt hat ja Ludendorff jetzt habe ich keinen großen Vortrag dazu vorbereitet du hast einen ganz guten Umrissen Wurde 1865 in Posen geboren und ist in München gestorben 37 also noch und war mit mit Hindenburg zusammen die beiden Lichtgestalten der deutschen Kieres Leitung im Osten die Deutschen hatten quasi für jede Front eine Doppelspitze was relativ einzig hatte in der Geschichte und manchmal mehr oder weniger weniger gut funktioniert hat in dem Fall hat es für die Ostfront in Deutschland ganz gut funktioniert und am Ende wurden die beiden zu Helden des Weltkrieges der eben aus ihrer Sicht nur im Westen verloren wurde das im Felde umgeschlagene hier die Basis der Deutschschluss Lebendenlegende die zwei Millionen Soldaten die an Ostfront standen hatten quasi den Eindruck sie hatten nur Siege Tannenberg und so davon getragen und kamen zurück und waren Verlierer und das Kaiserreich war untergegangen und das irgendwie zu verarbeiten war dann eben der Verrat an der Heimatfront der Durchstoß in den Rücken des Heeres das im Felde umgeschlagen war durch Kommunisten durch Verweigerer an der Heimatfront ist er interessant auch ein Bühne Verschwörungstheoretiker also der sich seine Realität selbst zurecht geschuss hat und auch zu Rechtschustern konnte weil er in der Position absoluter Macht sich befunden hat also was der General war ja auch am Hitlerputsch beteiligt war spannenderweise in seiner Karriere unter anderem an der Abtrennung Estlands Finnland Lieflands oder Ukraine vor Russischen Reich beteiligt was das erste Mal dass die Ukraine quasi zu einem Staat wurde da hat Ludendorff auch was mit zu tun gehabt der hatte überall seine Finger mit dem Spiel leider tatsächlich ja und auch sehr lange aber es ist schon interessant also er und seine Frau also seine zweite Frau Mathilde Ludendorff waren aktiv daran beteiligt eben die Hexenprozesse umzudeuten und haben auch einige Bücher darüber geschrieben haben dann sowas also gerade seine Frau Mathilde hat dann sowas wie einen völkischen Feminismus versucht zu etablieren sie hat maßgeblich zur Gründung des Weltbundes nationaler Frauen also beigetragen sie war selbst Schriftstellerin und hatte ihre neue Geschichte der Hexenprozesse veröffentlicht also Ludendorff seine Frau und Alfred Rosenberg beziehungsweise die entstehende völkische Bewegung zur damaligen Zeit haben aktiv versucht das Hexenbild der katholischen Kirche umzudeuten und zwar in ihrem Interesse und der Topos ist der gleiche geblieben wenn sie gegen andere Minderheiten gewettert haben sie sie haben einfach nämlich den Begriff der Hexe verwendet weil sie diesen eben als germanisches Erbe betrachtet haben sondern haben dann Juden Sozialisten und andere Jesuit die Ruhmkirche die Freimaurerei also auch alle modernen Verschwörungstropen finden wir auch zu dieser Zeit schon wieder und die sind so universell einsetzbar dass sie auch die Zeit problemlos überdauern aber es gab einen besonderen Tropos den er glaubt Stalin wäre ein Besonderer des Dalai Lamas das wirkt man heute selten Verschwörungstheorie das ist kein verbreiteter Glaube mehr aber glaub dieser Josef ich smart und wie wie hat er den Dalai Lama betrachtet ich meine könnte man ja auch positiv deuten als Friedensfürst oder was auch immer wofür der hat den auch da ihr so liefer welt johann das war für ihn alle so ein diffuses gemenge weißt da sind irgendwelche bayerische Freimaurer und irgendwelche Dalai Lamas und irgendwelche Josef Stahl und die gemeinsam haben das kolleg mit und gegen das deutsche reich kohärentes weltbild lasst den mal in eine armee führen ja aber gott dank waren die nazis nicht die einzigen die versucht haben das bild der hexe umzudeuten gerade in italien gab es selbst ernannte hexen also sie haben sich nicht hexen genannt weil sie wussten dass sie damit sowieso auf dem scheiterhaufen landen würden also viele wurden dann noch später die benandanti waren auch nicht nur frauen die meinten dass sie bei bestimmten konstellationen mondkonstellationen das heißt an bestimmten tagen im jahr einfach in ihrem traum werden sie schlafen ihren körper verlassen und auf besen durch die nacht reiten und dort gegen die bösen hexen kämpfen die bösen hexen haben in ihren darstellungen einen hirse zweig in der hand und benandanti selbst bewaffnen sich mit fenchel wird ja gegen hirse wir gewinnen aber ja sie haben sich berufen gesehen abseits der anderen wege die es gab um heresie und das böse zu bekämpfen in ihren träumen aus ihrem körper zu entfliehen und gegen diese bösen hexen anzukämpfen viele kinder die die sogenannte glückshaube nach der geburt auf dem kopf hatten also die glückshaube ist eigentlich nichts anderes als die als die gebärmutter haute wenn ein kind damit auf dem kopf geboren wurde dann glaubte sogar als glückshaube gesehen also als die inquisition und die hexenverfolgung dann auch italien erfasst hat und die romanische inquisition auch extrem gegen heresie vorgegangen ist sind auch die benandanti verurteilt worden aber da findet man schon den versuch zumindest eine andere deutung von hexerei und den vorstellungen zu erwirken und genau das gleiche passiert jetzt auch so im 21. und 20. jahrhundert so bewegungen wie vika so spirituelle bewegungen die mitglieder dieser bewegungen bezeichnen sich selbst als hexen und besinnen sich auf bestimmte spirituelle traditionen also das ist ein aktiver versuch den begriff der hexe zu reclaimen ähnlich wie man es bei anderen identitätspolitischen bewegungen findet aber genau die bewegung ist jetzt auch nicht nur auf diesen dieses reclaiming reduzierbar sondern ist durchaus auch feministisch angehaucht und verbindet verschiedene esoterische traditionen spirituelle traditionen und genau erfreut sich großer beliebtheit in europa in den usa ist auf jeden fall interessant dass man langsam wieder anfängt hexerei nicht mehr als dieses böse dieses allgemeine böse zu betrachten sondern aktive auseinandersetzung startet mehr ist auf dass niemand die nächsten 100 jahre als backlash den begriff inquisitor claimt und dann neue bewegung startet es sich auf grauer beruft und anfängt wieder leute zu verbrennen weil was also je mehr was ich so protokolle und briefe aus dieser zeit durch liest so näher wirken einem die menschen finde ich so mehr quellen man sich da anguckt also grämer wirkt einem hoffen sich nicht zu der nahe seiner darstelle und seinen ansichten aber die opfer von ihm auf jeden fall und ich denke dass die zeugnisse die wir daraus haben die menschen eigentlich viel menschlicher wirken lassen aber wenig so alltags zeugnisse oft haben und der brief von johannes junius zum beispiel von der tochter das ist ein privates dokument das ist ein Einblick liefer der uns fehlen die beleiten ihre geisteswelt trotz der zeit in der sie leben und gar nicht so fremd sind weil sie sich vielleicht um ähnliche dinge im alltag sorgen machen und dann als in anführungsstrichen normaler mensch von kramer oder einem anderen inquisitor oder irgendeinem anderen der die heckschen war in dieser verschwörungstheorie dieser mittelalterlichen verfahren ist um die fänge zu gehen ist tatsächlich eine sehr schreckliche vorstellung die ich glaube ich niemandem wünsche und bei all diesen verfolgungen seien es von juden von frauen von anderen minderheiten ja das zentrale konzept dahinter ist immer diese entmenschlichung und indem wir uns eben solche zeugnisse anschauen kann man ihnen zumindest wieder eine stimme geben oder ein gesicht geben und uns irgendwie versuchen hinein zu denken in diese zeit und zu merken hey das sind einfach genauso menschen die so fühlen und denken wie ich nur halt in einer verzauberten welt leben mit polvert aber glauben und religiösen dogmen ja es gibt so eine art von historischem othering dadurch dass die leute vor langer zeit gelebt haben werden die immer als das andere irgendwie automatisch gesehen und indem man mit ihren tatsächlichen mit den dokumenten auseinandersetzt rücken sie viel näher und dadurch fühlt man sich auch nicht so sicher vor der geschichte wenn man erkennt dass es menschen wie wir sind also wir leben ja gerade in bewegten zeiten da kann man sich das einfacher vorstellen aber hätte ich in der merkel zeit über hexenprozesse gelesen habe hat es weiter gewirkt ich die letzten fünf jahre haben es alles noch viel näher gelassen ich hoffe wir haben keine bald verholung aber wenn bin ich vorbereitet ich habe es zweimal gelesen ich kann es auch wenn hexenverbrennungen in europa heutzutage nicht mehr zu denken sind es hat doch vor zwei jahren und letztes jahr ein fall für aufregung gesorgt als ein 15 jähriger junge in england von seiner familie umgebracht und zerstückelt wurde es ist nämlich so dass in anderen teilen der welt hexenglaube noch durchaus verbreitet ist interessant dabei ist es zu sehen dass besonders in nigeria oder im kongo wo dieser glaube sehr verbreitet ist zur zeit und in kombosca ja okay dass der glaube sehr jung ist und erst so seit beginn der 1990 jahre die leute angefangen haben sich gegenseitig der hexerei der magie zu beschuldigen und dann auch angefangen haben lönnjustiz zu üben an vor allem kindern in dem kongolesischen und nigerianischen narrativ von hexen sind es vor allem kinder die durch böse blicke und durch ihre existenz schaden anrichten der hexenglaube in nigeria kollidiert mit zwei dingen also zeitlich zum einen eine rezession der wirtschaftlichen unglaublichen auch sozioökonomischen spannungen und zum anderen eine ausbreitung des evangelikal fundamentalistischen glaubens der sich langsam etabliert hat ich meine die evangelikalen sind ja auch eine relativ neue bewegung die vor allem ja in den usa unglaublich prominent sind da spricht man ja auch von den televangelists also den großen predigern die hallen füllen die von laufender kameras kamera in exotismen ausführen gott anrufen die engel anrufen und mit unglaublich viel pathos verkünden dass das gottesreich über sie hereinbrechen wird und genau solche evangelisch evangelikal fundamentalistischen organisationen und kirchen haben sich zu dieser zeit in im kongo und in nigeria ausgebreitet besonders in nigeria im süden der christlich geprägt ist auch religiöse spannungen also bokoram wütet ja auch seit jahren in der region aber genau dort wo dieser evangelikal fundamentalistische glaube auch die sozioökonomischen bedingungen nämlich die rezession getroffen ist hat sich dieser hexenglauben entwickelt und es wurden tausende kinder einfach auf offener straße gelünscht zerhackt vergewaltigt ich bin gestern bei meinen recherchen über eine frau gestoßen eine predigerin die ihren lebensunterhalt damit verdient dem sie in verschiedene städte reist predigt betet und exorzismen durchführt um gegen den teufel um gegen das böse in der welt anzupredigen also die macht das noch heute sie bewirbt auch auf ihrer auf ihrer facebook seite ich habe tausende bilder durchgeschaut von gottesdienst veranstaltungen die sie angekündigt hat und ich meine bei so evangelikalen oder so televangelikalen also veranstaltungen ich meine das ist man muss sich auch mal die atmosphäre vorstellen wenn da hunderte leute zusammen kommen und zusammen irgendwas in den himmel schreien und ja also es hat ja eine unglaubliche wirkung es sind oft charismatische persönlichkeiten und es hat ja auch was mit so einer Form wie jeder glaube irgendwie von psychotherapie so eine universelle psychotherapie die menschen unterlaufen wenn sie an etwas glauben wenn sie beispielsweise an gott an irgendeinen geerteten gott oder götter glauben etc aber sie hat eben diese nische für sich erschlossen und macht auf facebook werbung lady apostle helen ukpavio die auf ihren bildern meistens einen fetzigen kopfschlug trägt auf einer art tourbahn ganz viele tücher verrückter kopfbedeckungen als die queen und sich mit vorliebe vor ihrem neongrünen ford mustang ablichten lässt zwischen den privaten bildern und bildern von diesen gottesdiensten die sie veranstaltet hat sie aber eben immer diese diese cover diese flyer abgedruckt unter anderem mit dem titel global warfare prayers deliverance deliverance families in bondage exposing on satanic influence activities great deliverance crusades authority over satan freeing victims of ancient altars spiritually sold families released destroying demonic strongholds delivering families from witchcraft attacks und das muss man sich vorstellen zwischen diesen aufruf und diesen ankündigungen ihrer ankunft in diesen städten wie zum beispiel in aber was ich gleich mal vorlesen werde mischen sich einfach diese bilder von ihr mit einer sonnenbrille vor ihren grün und volk mustang den sie sich genau von dem geld gekauft hat was sie den leuten aus den taschen gezogen hat die sie überzeugt hat ihre eigenen kinder ich hatte im schicksal zu verantworten und aktiv dazu beibetragen zu tragen dass kinder heute umgebracht werden weil die menschen überzeugt sind dass nicht weltliche kräfte wie die wirtschaft und die nachfolgen des kolonialismus des europäischen kolonialismus dafür sorgen dass es dem land und den leuten so scheiße geht sondern dass satan am werk ist und dann marschiert sie mit diesen flyer an auf denen aber ist filled with diabolism fetisch beliefs und diverse wickered family altars contesting for the lives and fortunes of the innocent people but I am bringing the good news that you and your family can be totally set free join us from 17th to 21st of her March at die adresse eine Telefonnummer steht sogar auch vertritt sie auch so thesen dass wenn ein kind unterhalb von zwei jahren in der nacht schreit und fieber hat dann ist satanisch besessen oh also nicht nur besessen sondern also ein lakai satans dann müsstest jay right mit gespringen meiner tochter haben mit dir den rosenkranz äh kurz frei nach spreng mit den rosenkranz ja ja aber so diese nachbeben also nicht nur des hexenglaubens an sich sondern auch also das wiederum nachbeben der katholischen kirche die sieht man jetzt 500 jahre später in nigeria der durch so evangelikal fundamentalistische sekten popularisiert wird genau wie in den usa wo die evangelikalen oft mit qanon unterstützt sind und maßgeblich in den 80er jahren daran beteiligt waren hunderte leute ins gefängnis zu stecken weil sie glaubten dass sie Teil einer untergrund war obwohl das einzige was die leute gemacht haben ist metal zu hören und dungeons and dragons zu spielen Fisher pouvoir l in oh ho l in in l in l l Untertitelung des ZDF, 2020